Jetzt mit Ton. An dieser Stelle, Elena, danke für die Information. Also nochmal, das Thema für jetzt ist Psychofalle, Verlustangst zerstört Gewinne. Also an diesem Punkt sind wir an den Börsen immer wieder, dass wir durch psychologische Dinge, die in uns ablaufen, dazu getrieben werden, unser normales Setup zu verlassen, den Stopp vielleicht zu weit wegzulegen oder zu nah heranzulegen. Im zweiten Fall verpassen wir vielleicht dadurch eine schöne Bewegung, einfach weil wir Angst haben als Trader etwas zu verlieren. Das heißt, das Thema Verlustangst spielt im Trading eine zentrale Rolle. Es ist eine psychologische Falle und deswegen das Thema Psychofalle, Verlustangst zerstört Gewinne. All das, was wir jetzt hier besprechen, das ist natürlich auch wichtig. Im Risikohinweis, wenn sie das Ganze dann umsetzen an die Börse, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren im Trading immer ihr investiertes Kapital an dieser Stelle hier im Handel zu verlieren bei Devisen und CFDs hier. Das ist wichtig zu wissen. Worauf sprechen wir oder worum gehen wir jetzt ein? Welche Informationen habe ich für Sie in diesen Punkt eingearbeitet? Das heißt, wir sprechen jetzt mal einige Sachen, einige Tatsachen durch, die zum einen Tradingbeginner betreffen, aber zum anderen auch schon Trader unter Ihnen, die schon eine ganze Weile auch dabei sind, aber merken, mit dem Stopp irgendwie haut das noch nicht so hundertprozentig hin. Also ein paar Ideen einfach meinerseits auch aus den Coachings und aus meinen eigenen Erfahrungen heraus, wie wir dieses Thema anpacken können. Wie schaut es denn aus? Wenn wir mit dem Trading anfangen wollen, so generell überhaupt mal, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir als Trader, dass Sie als Traderin oder Sie als Trader erst einmal das Bewusstsein dafür schärfen, dass im Trading die Disziplin die wichtigste Eigenschaft ist, die es überhaupt geben kann. Warum ist das so? Das ist relativ schnell erklärt. Vergleicht man das Ganze einmal mit Ihrem normalen Beruf, wenn Sie angestellt sind, dann haben Sie ja jemanden, der Sie, ja ich sag mal, mehr oder weniger an der kurzen oder langen Leine überwacht. Also je nachdem, wie nett oder nicht nett Ihr Chef ist, haben Sie mehr oder weniger Freiheiten, aber Sie werden in irgendeiner Art und Weise überwacht und wenn Sie etwas machen, was der Firma schadet oder Ihrem Chef nicht gefällt, dann gibt es Disziplinarmaßnahmen. Ha, das knallt dann und dann ist gut und weil Sie das wissen, halten Sie sich dort zurück und machen wirklich Ihre Arbeit so gut Sie können. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal auf der Börsenseite an. Da gibt es keinen, der Sie an die Kurzleine nimmt, wenn Sie mal nicht so gut arbeiten, wenn Sie Ihre Strategie nicht einhalten oder oder oder. Weil Sie sitzen nicht in einem Prop Room, wo getradet wird, wo Sie einen Supervisor haben, der Sie auch mal rausnimmt, wenn Sie schlecht traden. Das müssen Sie als private Traderin, als privater Trader alles alleine machen und deswegen braucht es dieses Bewusstsein, dass Disziplin extrem wichtig ist. Wofür brauchen Sie diese Disziplin? Die Disziplin brauchen Sie für die Selbstkontrolle, weil es gibt nur Sie, der kontrolliert werden kann und Sie können sich nur selbst kontrollieren. Sie brauchen die Disziplin für die konsequente Strategieeinhaltung, das heißt auch dieser Drang immer zu handeln, das ist ein gigantischer Fehler. Das ist ein wahnsinnig großer, sage ich mal, Performance-Fresser, wenn Sie immer den Drang zum Handeln haben. Ich sage immer, wenn Ihre Strategie nicht da ist, wenn Sie kein Handelssignal haben, dann lehnen Sie sich doch einfach entspannt zurück, machen Marktanalyse, was auch immer. Ist völlig wurscht, gehen Sie raus in den Garten, keine Ahnung, aber wenn keine Signale da sind, dann gehen Sie von der Börse weg, dann brauchen Sie nicht zu traden. Dann muss man einfach warten, bis das entsprechende Signal kommt, egal auf welcher Zeitanhalt Sie traden. Kein Signal, kein Trade. Das ist wichtig, das heißt hier Strategien konsequent einhalten und das beginnt damit, wenn kein Signal vorhanden ist, bitte nicht handeln. Das geht damit weiter, dass man sagt, die Strategie hat ja bestimmte einzelne Unterpunkte, die bespreche ich heute nicht, aber die müssen einfach alle eingehalten werden, damit die Strategie bis zum Ende hin auch durchgezogen wird und damit Sie auch das machen, was Sie eigentlich machen wollten. Und dann auch noch das Thema Disziplin in puncto Eingestehen eigener Fehler. Das liegt in der Natur der Dinge, das liegt in der Natur des Menschen, dass man eigene Fehler nicht so gerne eingesteht. Aber, und jetzt ein aber, ein großgeschriebenes aber mit einem Ausrufezeichen. Es gibt an der Börse keine Ausreden. Wenn Sie dort traden und Sie haben einen Fehler gemacht, werden Sie in aller Regel bestraft. Vielleicht haben Sie mal Glück, dass Sie nicht bestraft werden, langfristig werden Sie aber bestraft, wenn Sie Fehler machen, Punkt. Das ist einfach so. Deswegen schieben Sie es nicht auf die Börse, schieben Sie es auf keinen anderen. Sie haben auf den Knopf gedrückt. Sie haben die Analyse gemacht und Sie waren dafür verantwortlich, wie der Trade ausgeht. Wenn Sie alles richtig gemacht haben und der Markt bestraft Sie trotzdem, dann war es der Markt. Aber nur in dem Falle, weil Sie haben alles richtig gemacht. Dann wurde halt der Stopp gerissen. Wenn Sie beispielsweise einen Momentum-Trade gemacht haben, das Momentum kam rein in den Markt. Wegen dem Momentum haben Sie den Trade eröffnet und das Momentum bricht dann plötzlich zusammen. Dann ist es so. Dann fehlt das Momentum, dann mussten Sie raus, dann haben Sie Ihre Strategie eingehalten. Ja? So. Punkt. Aber wenn Sie gegen die Strategie erarbeiten, wenn Sie einen Momentum-Trade eröffnen, ohne Momentum, dann stehen Sie gegen den Markt in einem schwachen Markt. Pum. Dann sind Sie selber schuld. Und das ist dann ein Fehler. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie sich diesen Fehler selbst auch eingestehen. Das heißt, Trading für alle, die beginnen, braucht extrem viel Disziplin. Das ist wichtig. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt. So. Was passiert noch, bevor Sie überhaupt den ersten Trade machen? Vor dem ersten Trade gibt es immer noch die Frage zu klären oder bevor Sie anfangen mit dem Traden an sich, ist immer noch die Frage zu hören, wie wollen Sie denn überhaupt handeln? Wir haben ja über den Daumen gesagt, mal langfristige, mittelfristige und kurzfristige Strategien. Das heißt, wir können Positions-Trading im Langfristbereich machen, dass man eine Währung oder ein Index oder ein Rohstoff einfach auf der langfristigen Schiene plant. Da guckt man sich gerne mal den Wochenchart oder den Monatscharts an, einfach um hier langfristig dabei zu sein. Wie wird Geld verdient? Geld wird hier verdient über die Zeit. Das heißt, über die starken Kurszuwächse der Zeit. Wir hatten ja schon häufiger hier den Chart vom S&P 500 beispielsweise gesehen. Ich kann den ja mal eben noch ganz kurz nochmal reinnehmen hier. Was haben wir hier? Den US-Tech-Index können wir auch machen. Ist völlig wurscht. Wenn wir uns den mal über die Monate hier anschauen. Schauen Sie mal, das ist ein Markt, wo Sie als Positions-Trader in aller, aller Ruhe, ich mache das mal noch ein bisschen kleiner, gucken Sie sich das mal an. Hier, das ist jetzt mal seit 2012 das Ganze gesehen. Also der Markt ist jetzt an dieser Stelle entsprechend auch da. Gucken Sie sich den Chart an. Auch wenn das Bild jetzt nicht so schick aussieht. Aber ich denke, Sie sehen, wo der hingegangen ist. Also einfach wie am Schnürchen nach oben. Das ist Positions-Trading. Da können Sie ganz entspannt, beispielsweise hier, wenn Sie irgendwo hier Ihr Einstiegssignal gesehen haben. Hier gab es ja einen Ausbruch auf ein neues Hoch. Dann gab es eine Korrektur und Sie sagen sich, Mensch, dann gehen wir einfach mal hier unten rein. Zack, nach oben. Ganz in Ruhe. Das ist Positions-Trading. Das können Sie machen. Das ist einmal wirklich ein sehr, sehr langfristiger Blick in das Trading. Das heißt, hier ist die Position, die Sie fahren, etwas kleiner und Sie machen Ihren Ertrag über die Zeit. Dann gibt es das mittelfristige Trading. Im mittelfristigen Trading ist es so, dass Sie hier nicht über Ewigkeiten traden, sondern dass Sie doch einen deutlich kürzeren Zeithorizont haben. Also das mit dem Positions-Trading, das war jetzt ein Beispiel, wirklich sehr, sehr lang. Sie können Positions-Trading auch natürlich über ein paar Monate machen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich wollte damit zeigen, Sie verdienen einfach Ihr Geld über sehr, sehr lange Zeiträume, über die Bewegung, über die großen Preisbewegungen auf der Zeitachse nach oben hin. Im mittelfristigen Trading ist das Ganze etwas anders. Dann nutzen Sie andere Einstiegsmöglichkeiten. Sie verdienen Ihren Preis oder Ihr Geld über die Zeit immer noch ein bisschen, weil Sie sind jetzt nicht Intraday unterwegs, sondern haben auch noch die Zeit als Freund im Hintergrund und auch über die Preisaktie. Das heißt, hier fahren Sie entsprechend mittelgroße Positionen. Was Sie in diesem Bereich da machen ist, jetzt mache ich hier mal den Tagesschart beispielsweise auf, dass Sie zum Beispiel sagen, okay, immer wenn der Markt hier im Bereich dieser 50er Tagesdurchschnitt ist und der Markt geht hier drunter, gehen Sie beispielsweise, wir haben einen Aufwärtstrend, da dürfen Sie keine Position haben. Wenn der Markt drüber läuft, dann können Sie beispielsweise nach oben hin traden und Sie sagen, okay, am Hoch wird verkauft, um einfach Gewinne mitzunehmen. Das wäre mal ein Swing, das heißt, hier gab es das Kaufsignal beispielsweise und dann haben Sie einen Swing Trade über ein paar Tage gemacht, hier in den Bereich nach oben rein. Das heißt, dann haben wir ein bisschen über die Zeit, weil das dauert ja auch ein paar Tage und Sie haben etwas weiter nach oben über die Preisachse. Das ist mal das Thema, was wir hier im Swing Trading haben. Die Positionen im Swing Trading sind dann in aller Regel auch schon ein ganzes Stückchen größer als das im langfristigen Positions Trading ist. Und dann gibt es das kurzfristige Trading, da wird das Kapital eindeutig über die Bewegung auf der Preisachse gezogen. Man bewegt sehr, sehr viel Geld in diesem Moment, deswegen nutzt man beispielsweise auch diese gehebelten Trading-Möglichkeiten, wie wir sie hier auf Tickmill haben. Da können Sie sich sehr, sehr gerne auch auf der Website von Tickmill, entschuldigen Sie, unter über die entsprechenden Konditionen, über die Spreads und so weiter und so fort einmal schlau machen. Ist also sehr, sehr guter, schöner Content, der auf der Seite steht und zum Trading wirklich auch sehr, sehr fein geeignet. Heißt also, im kurzfristigen Daytrading, da geht es dann wirklich darum, dass man das Ganze über die Preisachse zieht. Das heißt, da schauen wir einfach, wenn wir uns den Chart noch einmal anschauen, da gehen wir hier nicht über ein paar Tage mit nach oben, sondern da wollen wir einfach die Bewegungen innerhalb eines Handelstages mit eingehen. Und da gibt es dann natürlich ganz andere Achsen, die wir haben, ganz andere Preisachsen, ganz andere Anlaufpunkte, die sind viel, viel kürzer. Da macht man die Chartanalyse zum Beispiel auch auf Tagesbasis. Man hat die Tageshochs und die Tagestiefs und dann schaut man einfach beispielsweise, was passiert am Tagestief oder Tageshoch. Also warten über dem Tageshoch beispielsweise Käufer, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Markt nach unten läuft. Wenn man das Ganze auf der Unterseite hat und warten hier auf der Unterseite die Verkäufer, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Preisdruck nach unten weiter anfällt und das Ganze hier nach unten weiter fortgeschoben wird. Das mal im kurzfristigen Bereich und da behält man sich dann halt, wenn man zum Beispiel diese Spannen, Tagesober, Tagesunterkerze, der Vortageskerze sieht, also Tageshoch, Tagestief vom Vortag, dass man da diese Dinge annimmt und sich sagt, okay, da gehen wir rein und da handeln wir innerhalb der Spanne eines Tages, je nachdem wie groß der ist, gibt es dann halt natürlich auch die Preisspanne größer oder kleiner, aber das sind mal so die Fakten. Da geht man nicht so eine starke, schöne, große Bewegung nach oben ein, sondern da dingelt man so ein bisschen zwischen dem hin und her, was innerhalb des Tages sind. Das sind natürlich viel, viel weniger Punkte. Hier gucken Sie mal, wenn Sie von hier unten eingestiegen sind, beispielsweise mit dieser Kerze, die wir hier haben, bis zum Hoch, das war bei, sagen wir mal, 7.380 bis hier oben, bis auf 7.680. Das sind 500 Punkte gewesen, sowas kriegen Sie natürlich nicht im Tag hin. Das heißt, wenn Sie im Tag das gleiche Geld verdienen wollen, müssen Sie viel, viel größere Positionen schieben. Und aus diesem Grund ist das hier der Bereich, den man normalerweise im Intratrading benutzt, dieser Preisbereich, der ist also viel kürzer. Und wenn Sie das zum Geld verdienen nutzen möchten, dann brauchen Sie natürlich deutlich größere Positionen, die wir hier im Portfolio entsprechend auch sehen. Olaf, ich sehe gerade, du hast das Webinar verlassen. Schönes Wochenende dir, wir hören und sehen uns. So, danke für die Grüße. Also, das heißt, hier ist immer die wichtige Frage zu stellen, was wollen Sie überhaupt handeln und passt die Kapitalausstattung zu Ihrem entsprechenden Zeithorizont? Das ist mal hier entsprechend vor dem Trading auch zu machen. So, und dann ist es vor dem Trading auch noch wichtig, dass Sie für den Zeitansatz, den Sie haben und die Art und Weise, wie Sie traden, noch wichtig, ob Sie die richtige technische Ausstattung haben. Damit fängt das Trading halt an. Das heißt, sehen Sie genug, haben Sie genügend Monitore. Mit dem Handy 20 Märkte zu traden, ist ein bisschen blöd, da sieht man einfach zu wenig. Wie sieht es mit dem Arbeitsspeicher aus, der CPU-Leistung vom PC? Wenn Sie immer am PC sitzen, längere Zeit, ist der vielleicht zu laut, macht er Krach, das stört, das ist anstrengend über die Zeit. Solche Dinge hängen alle damit zusammen. Haben Sie die passende Handelssoftware und im Fall der Fälle gibt es eine Backup-Internetleitung oder aber haben Sie ein Telefon zum Broker, wo Sie im schlimmsten Falle, wenn irgendwas ausfällt, die Positionen über das Telefon entsprechend schließen können. Das mal dazu, bevor wir zum Trading kommen. So und jetzt, jetzt kommen wir zum Trading direkt auch rein und das geht dann direkt auch in die Psychologie mit rein. Psychologie ist auch schon vorher, stellen Sie sich vor, Ihre Internetleitung bricht zusammen und Sie sind panisch. Das hat auch was mit Psychologie zu tun. Also wir brauchen alles in einem bestimmten Rahmen, dass alles wirklich zusammenpasst. Die Puzzleteile müssen alle genau aneinander laufen, um das alles gut funktionieren zu lassen. Das heißt hier, die Auslage, um auch die Psyche sauber zu halten, ist erstens, wir brauchen, wie ich das vorhin gesagt habe beim Thema Disziplin, auf alle Fälle das Einstiegsszenario im Chart. Das brauchen wir, das muss identifiziert werden, weil nur dann, wenn wir alle Komponenten für unseren Trade zusammen haben, dann können wir sehr, sehr schön in diesen Trade auch hineingehen, um den Markt ein Stück weit nach oben auch hinein zu traden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich Ihnen auch mal anhand eines Charts zeigen hier. Wir haben das Ganze vor kurzem miteinander besprochen. Das war der Chart vom US-Dollar, Dänische Krone beispielsweise. Den hole ich einfach mal eben kurz hier rein. Jetzt mache ich den Chart mal kurz noch für Sie. Ne, ich mache das anders. Ich mache einen sauberen Chart auf. Neues Chartfenster, so. Und das Ganze mache ich weiß für Sie, damit wir das Ganze hier etwas besser sehen können. Und dann schauen wir uns diesen Markt hier einfach einmal an, wo wir gesehen haben, im kurz- und mittelfristigen Bereich, es spielt eigentlich keine großartige Rolle, was hier gemacht werden sollte. Wir haben die Situation gehabt, beispielsweise hier, nach einer starken Abwärtsbewegung gab es hier ein Umkehrsignal an dieser Stelle. Und dieses Umkehrsignal, wenn wir das hier gesehen haben, kann mit seiner Bestätigung halt beispielsweise in diese ganzen Tageshochs, die hier vor uns liegen, reinlaufen. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut und die Analyse auch sehr, sehr schön macht, wir haben bis hierhin schön die Tageshochs auch am Laufen. So, da hatten wir die da. Und wenn man sich sagt, jetzt ist das Ganze da, hier kommt die Bestätigung, dann hat man erst mal die Situation, dass man sagt, okay, das Teil ist bestätigt, es läuft weiter nach oben. Ziele auf der Oberseite haben wir auch ein paar da, wir haben ein paar Tageshochs. Wir finden eine gute Absicherung, die muss natürlich immer dann gegeben werden, wenn Sie das Ganze, den Trade eröffnen, in der Zeiteinheit, in der Sie traden. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, wie das Ganze gemacht werden kann. Das heißt, wir finden ein gutes Stopplevel, wo auch immer das Stopplevel dann liegt. Ich mache hier einfach mal einen Strich hinein als rotes Stopplevel an dieser Stelle. Da kommt der Stopp hin und Sie sehen dann relativ schnell und einfach, so wo Sie sagen können, wir haben hier eine gute Risikobegrenzung. Wir haben den Weg nach oben geebnet. Da gibt es einiges an Potenzial zum Abfuhrstücken, wo es kurzfristig erstmal hingehen kann. Und das ist dann der Markt, wo wir dann reingehen können. Also das war mal die Stunde hier entsprechend die Umkehr. Das Ganze haben wir auf Tagesbasis auch getraded. Das können wir uns dann auch mal anschauen. Aber das wäre dann etwas, wo man einen kurzfristigen Trade nach oben laufen lassen kann. Und das Ganze dann schön nach oben mitzunehmen. Chance und Risiko passen zusammen. Absicherung ist da. Ziele sind da. Das kann ein rundes Setup geben. Und wenn das dann gekommen ist, dann wird es gekauft. Und der Stopp sollte halt dann dort liegen, dass es zur Gesamtstrategie auch passt. Auf Tagesbasis schaut das Ganze so aus. Wir hatten hier dieses Umkehrsignal hier in diesem Markt drinnen. Warten Sie mal, da gehe ich mal ganz kurz in den Chart der dänischen Krone auf Tagesbasis mit hinein. Wir hatten hier an dieser Stelle dieses Umkehrsignal. Und das wollen wir hier Stück für Stück nach oben traden. Das heißt, im mittelfristigen Bereich aus der tiefen Korrektur heraus kam das ganze Ding auf Tagesbasis. Und das schiebt es nach oben. Jetzt sehen wir nach dem ersten Obenschub eine Korrektur. Und wenn es dann weiter nach oben geht, dann haben wir die Chance, hier oben drüber zu laufen. Hier haben wir ein paar Tageshochs liegen. Mit Trendvorsetzung hier oben wird sich zeigen. Aber die Chance war da. Und die konnte man auch sehr, sehr schön entsprechend nutzen. Und das sind so mal ein kleiner Einblick, wie man Handelstrategien am Markt ablegen kann. Das heißt, für das Einstiegsszenario, die Grundlage ist identifiziert. Zum Beispiel eine Umkehr aus der tiefen Korrektur. Ich spreche da manchmal gerne von Mike's Reversal Pattern. Das ist eines meiner Muster, die ich handele, die sich über die Jahre so ein bisschen eingeschliffen haben. Also diese Umkehrmuster aus den tiefen Korrekturen heraus. Wir sehen in dem Chart, wie ich das gerade gesagt habe, den Bereich oder die Bereiche, wo wir Gewinnmitnahmen machen können. Und wir können das Absicherungslevel festlegen. Damit haben wir die Rahmendaten für das Setup festgelegt. Und die Orders können in den Markt platziert werden. So, das ist mal das Ganze. Jetzt läuft der Trade an und dann passiert das, was immer wieder passieren kann. Er läuft gegen uns. So, und jetzt hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Der erfahrene Händler, der bleibt ruhig. Warum bleibt er ruhig? Weil er genau weiß, er hat sein Setup erfasst. Er hat alles richtig gemacht. Er hat auch eine Risikobegrenzung. Und wenn der Trade gegen ihn läuft, dann ist es so. Dann hält er aber trotzdem seine Strategie ein und alles ist wirklich gut. Bei jüngeren Händlern, und damit meine ich nicht jetzt jung vom Alter her, sondern jung von den Erfahrungen her. Da erlebe ich es immer wieder. Ich kenne das auch von mir persönlich. Also das sind keine böhmischen Dürfer für mich, von denen ich hier rede. Bei jungen Händlern hingegen ist es so, dass die Angst vor Verlusten wahnsinnig stark zunimmt in solchen Situationen. Also wenn alles schön nach oben läuft, ist alles wirklich schick, da kommt man gar nicht in den Stopp hinein. Da gibt es diesen psychologischen Knackpunkt nicht. Aber wenn die Märkte mal nicht so laufen, nicht einfach wie eine Stange in eine Richtung laufen, dann haben wir diese Situation auf einer anderen Seite. Da kommt plötzlich das Thema Angst. Und wenn Angst dazu kommt, dann kann es sein, oder ist es so, dass man anfängt, die Sichtweise zu verändern. Das heißt, die Angst kann unsere Sichtweise verändern. Und dann sehen wir plötzlich etwas in den Märkten, was wir sehen wollen. Und das bringt uns zu komischen Handlungen. Entweder, habe ich oft genug gesehen, der Händler zieht den Stopp weit weg. Weil, ja, am Anfang war die Strategie, da war alles logisch. Und plötzlich wird der Stopp weggezogen. Warum? Der Händler sagt sich zum Beispiel, naja, vielleicht habe ich den Stopp ja einfach zu eng gesetzt. Das wird schon wieder werden. Da unten im Chart, kann ich das mal kurz zeigen, wenn man das mal einfach nimmt. Im Chart beispielsweise hier an dieser Stelle, ich mache da mal gerade eben das saubere Bild wieder auf. Nehmen wir mal, ist eigentlich völlig wurscht, welchen Markt ich hier nehme. Das spielt jetzt keine Rolle. Wenn man zum Beispiel mal sagt, okay, nee, das ist jetzt ein blöder Markt. Ich nehme mal den US-Markt. Das macht sich ja schöner. Ich arbeite gerne auf der Long-Seite. Wenn man einfach mal sagt, okay, wir sind jetzt hier oben an dieser Stelle long eingestiegen. Wir wollen einfach kurzfristig sagen, okay, der Markt soll jetzt hier oben drüber hinausgehen. Deutlich, also das, was hier drüben gekommen ist, soll man erwarten. So, jetzt hat der Händler gesagt, okay, wenn ich den Trade eröffne, setze ich mal meinen Stopp unter diese Tageskerze hier an dieser Stelle. Ich zoome das mal ganz kurz etwas größer rein, dass wir das sehen. Das heißt, wir haben entsprechend hier die Kerze am Markt. Kleinen Augenblick, wo waren wir jetzt gewesen? Nehmen wir mal die Situation hier am Markt. Da hatten wir hier den Ausbruch nach oben hin. Und dann hat sich das Ganze erledigt und der Stopp wurde sozusagen unter das Kerzentief gelegt. So, ich lege es mal einfach ganz kurz hin. So, hier Kerzentief, da unten der Stopp hin. So, jetzt passiert am nächsten Tag Folgendes. Der Händler sagt sich, okay, ich bin im kurzfristigen Bereich unterwegs. Ich wollte hier ein Stück weit nach oben mittraden, weil nach diesem Ausbruch hier an dieser Stelle steht ja dann sozusagen der Weg nach hier oben ist ja frei. So, jetzt passiert Folgendes. Der Händler hat seinen Stopp an dieser Stelle herangesetzt und sieht die Situation folgende. Der Markt läuft gegen ihn und er sagt, doof. Aber Mensch, hier unten ist ja auch nochmal eine Absicherungssituation, wo wir einfach reinlaufen können. Und wir wollen ja sowieso hier oben hin. Heißt also in diesem Moment, nimmt er den Stopp einfach mal hier unten hin. So, Punkt. Packt den einfach da unten hin, zieht ihn weg. Und was passiert dann? Der Markt mit seiner Positionsgröße. Er hat hier oben beispielsweise ein Risiko von, was weiß ich, 100 Dollar geplant in diesem Bereich. Und plötzlich läuft der Markt hier runter. Seine Position ist aber immer noch gleich groß. Aber wir haben jetzt hier keine 100, sondern wir haben jetzt hier wahrscheinlich weit über 1000 Dollar Risiko. Und das ist das Problem, wenn man das wegzieht. Das ist dann eine andere Zeitebene, wo man auch mit anderen Positionsgrößen arbeitet. Das hat dann nichts mehr mit diesem ganz kurzfristigen Teil zu tun. Und das ist halt wirklich psychologisch, das ist jetzt echt kein Quatsch. Ich habe das oft genug gesehen. Das machen Trader wirklich. Das habe ich früher auch hin und wieder gemacht. Wo ich aber schnell gemerkt habe, okay, das ist Quatsch. Wenn sowas kommt, dann lass dich lieber ausstoppen, weil dein Grundszenario zerstört ist. Und wenn der Markt runterläuft und dann irgendwann unten wieder nochmal ein Szenario gibt, um nach oben zu laufen, dann kann ich immer noch wieder reingehen. Aber warte bitte nicht ab, bis der Markt hoffentlich irgendwann rumdreht und hoffentlich irgendwann hier oben reinläuft. Weil das ist nicht das, was wir sehen wollen. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges im Trading. Das sind Dinge, die werden gemacht. Oder aber, das Zweite, der Händler zieht den Stop einfach zu nah dran. Das heißt einfach, weil er Angst hat, Gewinne zu machen. Wenn der Markt mal gegen ihn läuft, wo er ein richtig schönes Setup gehabt hat, dann läuft der Markt plötzlich ein kurzes Stück nach unten und dann nach oben. Gehe ich gerade mal wieder in den Chart rein, den wir hier hatten und mache das Ganze mal. Nehmen wir mal an, der Händler wollte, wie auch hier, in den Markt einsteigen. Der Händler ist also an der gleichen Stelle eingestiegen und hat sich entsprechend von vornherein gesagt, okay, ich gehe jetzt hier oben an dieser Stelle long. Das heißt hier, zack, sind wir long reingegangen an dieser Stelle. Und der Händler hat sich gesagt, okay, ich möchte jetzt den Schwung nach oben hin traden. Wir haben genug Platz. Hier oben, wenn wir uns die linke Seite mal noch etwas vom Chart anschauen, wir haben das Potenzial, dass der Markt nicht nur hier reinläuft, sondern auch hier rein und in die Richtung hier oben hin. Deswegen sagt sich der Händler, okay, alles schick. Ich gehe jetzt hier oben rein. Wir haben ja die Bestandteile für Setup erfüllt gehabt. Ich setze meinen Stop einfach einmal entsprechend hier unten hin. Wir machen das Ganze mal etwas größer nochmal, dass wir das Ganze auch schön sehen können. Das heißt, der Stop wird schön hier unten auf dieses Tief unten rauf gesetzt. So, ziehen wir das mal schön rüber, dass wir das alles sehen können. Also, alles schick, der Markt ist angelaufen und dann plötzlich läuft der Markt gegen ihn. Also, alles hat gepasst. Nur der Händler, Entschuldigung, nur der Händler bekommt jetzt plötzlich Angst. So, was passiert? Er vergisst sein Grundszenario. Am Anfang war für ihn hier unten, bis hier unten in die Welt völlig in Ordnung. Hat ihn also in keinster Weise tangiert. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Nur nachdem der Markt nach unten läuft, fängt er an zu grübeln und zu überlegen und sagt sich, oh Mann, das ist aber überhaupt nicht schön, was wir hier machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Heißt also, der Händler nimmt dieses Stop-Level, zieht es wo auch immer hin, fliegt raus, nur um dann, nur um dann zuzuschauen, wie der Markt nach oben läuft. Und das ist genau der Punkt, der vielen jungen Händlern auch passiert. Das heißt, diese zwei Punkte sind einfach am Markt da, die den Händler negativ beeinflussen können. Und dieses Szenario kann man umgehen. Das können Sie lernen, wie Sie mit diesen Dingen angehen. Das heißt, Sie können als Händler, wenn Sie den Stopp weiter wegziehen oder näher ranziehen, im Ergebnis, dass diese Problematik eines zu großen Endverlustes oder einer verpassten Gelegenheit durch das Stop-Management, das können Sie umgehen. Wie kann man das machen? Da schauen wir jetzt einfach mal drauf. Der erste Punkt ist der, dass Sie akzeptieren, dass es beim Thema Verlust keine perfekte Lösung gibt. Das heißt, es gibt keinen Stopp. Ich kenne zumindest keinen. Ich habe auch noch nicht davon gehört, der immer perfekt funktioniert. Das heißt, es kann immer wieder Situationen geben, wo Ihr Stopp einfach, wo Sie unglücklich ausgestoppt werden. Das ist einfach, das ist zu akzeptieren. Das ist wichtig. Viel wichtiger ist, dass Sie Ihre Strategie einhalten und akzeptieren, dass der Stopp auch mal durch einen Spike gerissen werden kann und dann der Markt einfach wieder in Ihre Richtung entsprechend weiterläuft. Das kann passieren. Auf alle Fälle, das ist da. Aus diesem Grund, nach dieser Akzeptanz immer Gedanken machen. Was wollen Sie denn mit Ihrer Position entsprechend anfangen? Das heißt, so handhabe ich das persönlich. Ich habe immer ein Grundszenario. Das ist meine klassische Handelsidee. Und damit diese Handelsidee funktioniert, brauche ich die Grundlage. Das heißt, ein Momentum Trade oder ein Ausbruch aus einer Korrektur oder im kurzfristigen Bereich Abprall vom Tagestief beispielsweise. Das sind so Grundszenarien. Und da kommt es halt immer drauf an, was mit diesem Grundszenario passiert. Das heißt hier, Nummer 1, der Stopp wird immer in der gehandelten Zeitebene gezogen. Das heißt, das ist extrem wichtig. Das bringt mich dann in die Situation, wenn ich beispielsweise im Stundentrend handele, in das Szenario hinein, dann ist der initiale Stopp zum einen in der Stunde. Wenn wir jetzt hier beispielsweise einen Momentum Trade haben, Momentum Long, aus dieser Gesichtsperspektive, dann ist es so, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz im Chart, dann ist das so, dass wenn wir dieses Momentum, diese Momentum Strategie hier entsprechend auch fahren und angenommen hier an dieser Stelle, an diesem Tag, mit Überschreiten dieser Kerze, kommt Momentum rein. und hier war an dieser Kerze entsprechend das Tief des Momentums, also das war die Stelle, wo das Momentum in den Markt reingekommen ist. Dann muss ich aus dem Markt raus, sobald das Momentum nachlässt. Punkt. Das ist das Initiale und wenn das Ganze über die Stunde gehandelt wird, dann müssen wir aus dem Markt in der Stunde rausgehen, weil einfach das Momentum an dieser Stelle weg ist und wir hier entsprechend aus dem Markt rausgehen. Ich sehe gerade im Chat, der Sascha ist auch da. Sascha, schönen guten Morgen. Zurück zum Text. Hier, also wenn das Momentum weg ist, muss der Trend, also ist der Trend in der Stunde wahrscheinlich erledigt, die ganze Geschichte gebrochen, raus, weg damit. wenn wir beispielsweise ein Ausbruchsmuster aus der Korrektur Long haben, wir haben eine tiefe Korrektur, wir haben eine Umkehrkerze, dann heißt das für mich, das Tief der Umkehrkerze ist für mich die Situation, wenn der Markt dieses Tief unterschreitet, dann muss ich raus. Auch hier ein praktisches Beispiel, nehmen wir mal wieder den Chart von US-Dollar Dänische Krone, den wir hier genommen haben. Wir hatten hier das Umkehrsignal, also hier an dieser Stelle, ich markiere Ihnen das ganz kurz nochmal auf Tagesbasis, hier kam das Umkehrsignal, das war das Umkehrsignal. Und das heißt für mich, hier ist das Umkehrsignal entstanden und dieses Umkehrsignal ist jetzt nach oben gelaufen und wenn dieses Umkehrsignal weggenommen wird, das heißt spätestens dann, wenn der Markt hier unten drunter geht, das heißt ich wäre hier oben getriggert, dann muss ich einfach raus. Wenn ich das ganze Ding über die Stunde beispielsweise handle, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, da muss ich nochmal ganz eben in den Tag nochmal rein, die Kerze oben hier anvisieren, so, da haben wir das Ganze, so, dann war es halt so gewesen, wenn ich das Ganze kurzfristig traden will, das heißt, wenn ich es wirklich über die Stunde trade, entschuldigen Sie, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, dann muss ich mir die Stunde anschauen, und dann muss ich einfach sagen, wenn der Stundentrend bricht, wenn das ganze Ding bricht, dann haben wir hier unten auch diesen Bereich, wo wir entsprechend raus müssen, das heißt, es spielt jetzt überhaupt keine Rolle, kleiner Augenblick, ich muss das mal etwas kleiner machen, wo die Dynamik entsprechend herkam, der Markt ist hier hochgelaufen, dann gab es hier eine Korrektur und der Markt schub hier hoch, das heißt, wir haben hier entsprechend, wenn ich es über die Stunde handle, dann, wenn der Markt hier unten drunter läuft, also das heißt, hier kam entsprechend der Ausbruch der Geschichte und hier unten, da war das tief und wenn das Ding zusammenbricht, dann muss ich einfach an dieser Stelle raus, dann habe ich keine Chance, dann ist das Szenario für mich erledigt und dann bleibt der Stopp dort stehen und zwar bleibt der Stopp dann so lange dort stehen, bis für mich die übergeordnete Geschichte, also hier auf Tagesbasis, ich will ja den Weg nach oben mitraden und da darf ich den Stopp einfach nicht zu lang dranlegen, da muss ich einfach mein Stoppmanagement so auf den Markt anpassen, dass das Ganze läuft, das heißt, und ich muss es einfach akzeptieren, dass ich auch mal Kursrückgänge erleben muss und wenn wir jetzt von hier unten wieder hochdrehen, also das heißt, wir haben hier Bewegung, wir haben hier die Gegenbewegung und wir drehen wieder hier oben rauf, dann bringt mich das in die Situation, wenn der Markt hier oben drüber läuft, dann kann ich entsprechend mein Stopplevel von hier unten nach hier oben nachziehen, so, dann habe ich eine Mitnahme gemacht und das bringt mich dann in die Situation auch mal lange dabei zu bleiben, den Trend auch wirklich zu handeln. Damit muss man einfach leben, das ist schwierig, aber das ist machbar, das Ganze halt zu handhaben. Wer das hier auf diesen großen Zeitebenen nicht kann, der macht ganz einfach eins, der geht in die Stunde hinein und sagt sich einfach, okay, ich ziehe das Ganze jetzt so Stück für Stück nach oben nach, immer auf die Korrektur tiefst entsprechend rein und dann wären wir jetzt hier an dieser Stelle aus dem Markt rausgeflogen, einfach weil wir nur so ein kurzes Stück traden wollten, aber in diesem Sinne macht es dann wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, das macht dann auch Sinn, wenn wir eh nur ein Stück Bewegung traden wollen, dass wir halt auch wirklich mal reinschauen, wo können wir denn Gewinnmitnahmen planen, das heißt, wie sieht denn der Trendverlauf im vorherigen Bereich aus, das heißt, das hat jetzt nicht nur was mit der Absicherung zu tun, sondern auch der Zielbereiche und da sehen wir halt auch, wenn wir reingegangen sind, wir hatten an diesen Stellen hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich haben wir die Situation, dass wir Situationen haben, wo wir quasi an Verkäufer die entsprechende, beziehungsweise an Käufer unsere Position abgeben können und das waren halt diese Bereiche und da kann man dann Gewinnmitnahmen, Zwischengewinnmitnahmen auch machen, also das sind viele Komponenten, aber heute geht es hier entsprechend um das Thema der Stops, das heißt, wenn wir in die Stops herangehen, wenn ein Momentum-Trade oder Ausbruch aus der Korrektur heraus versiegt, das heißt, wenn das Momentum weggeht, wenn das Ausbruchssignal abverkauft wird oder wenn der Abprall vom Tagestief misslingt, da muss in dem Moment die Position geschlossen werden, einfach weil wir entsprechend das Grundszenario nicht mehr da haben, das heißt, da gibt es kein Hoffen, da gibt es kein Stopp zurückziehen, da gibt es kein Stopp eher näher ranziehen, wie auch immer, das ist das Grundszenario und der Rest kommt dann Stück für Stück auch hinten drauf, das heißt, der große Vorteil ist hier, wenn Sie die Stoppbegrenzung an die initiale Idee knüpfen und den Stopp dann an die Stelle liegen, wo der Markt eng abgesichert wird, das hat den großen Vorteil, Sie haben eine enge Absicherung, falls Ihre Grundidee nicht mehr vorhanden ist. Wenn die aber vorhanden bleibt, wenn da der Schub reinkommt, dann kauft der Markt das Ganze auf der Longseite beispielsweise und dann haben Sie halt wirklich die Möglichkeit, Stück für Stück den Stopp auch nachzuziehen, waren aber am Anfang sehr eng abgesichert, das heißt, geben nur ein bisschen Geld her, um dann entsprechend nur wenig Risiko zu haben und wenn der Markt anläuft, dann schön nach oben die Dynamik auch mitzunehmen. Das sind mal die Dinge, wie wir sie hier entsprechend auch haben und dann als drittes noch, das heißt hier, nicht die Szenarioauflösung als Stopplevel zu nehmen, sondern, beziehungsweise, der Trade ist angelaufen und wir haben dann die Situation, dass wir den Stopp nachziehen müssen. Dann haben wir hier, wie ich das auch gezeigt habe, den Stopp nachzu. Nach dem erfolgreichen Anlaufen der Strategie ziehe ich persönlich den Stopp über das nach, was am Markt entsprechend passiert. Das heißt, ich weiß, dass der Markt uns alles sagt, ich arbeite hier nicht mit irgendwelchen mathematischen Formeln, sondern ich schaue einfach, wo macht es denn Sinn, die Position hinzulegen als Stopp-Absicherung. Das heißt, wenn wir uns den Markt mal auch anschauen, wir gucken jetzt noch mal kurz in den Chart mit hinein, wenn wir mal einen Trend beispielsweise sehen, nehmen wir einfach mal diesen Trend hier, dann sehen wir halt hier unten, schauen Sie, hier ist dieser Trend entstanden, erstes Absicherungs-Devel war jetzt hier dieser Punkt gewesen. Das heißt, Initial-Absicherung hier an dieser Stelle. Wenn wir hier oben drüber gelaufen sind, dann kommt die zweite Absicherung hier unten hin, immer an das Korrektur-Tief. Dann sind wir wieder hochgelaufen, es gab eine Korrektur, der Markt ist wieder über diesen Punkt hier drüber gelaufen, Stopp wird nachgezogen hier oben hin. Dann haben wir hochgelaufen, Korrektur, jetzt haben wir den Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend hat das ganze Ding hier gebrochen. Spätestens hier, aus markttechnischer Sicht, muss die Position entsprechend geschlossen werden. Das ist ein Fakt, den müssen wir einfach anerkennen, wenn wir einen Trend handeln wollen. Dann, wenn der Trend gebrochen ist, dann hat unsere Position nichts mehr zu suchen. Alles andere, Vortrend, Korrektur, das müssen wir als Händler einfach lernen, auszuhalten, weil nur, wenn wir das aushalten, sind wir auch in der Lage, solche schönen, starken Bewegungen nach oben entsprechend auch mitzunehmen. Und das sind mal die wichtigsten Sachverhalte, die wir hier auf alle Fälle bleiben. Das heißt, hier ist es so, wir suchen uns zum Stopp-Nachzug beispielsweise die Trends. Trends finden wir in der Regel auf allen relevanten Zeiteinheiten und die können wir sehr, sehr, sehr schön zum Trading benutzen. Wichtig ist halt, dass wir uns entscheiden, was wir handeln, ob wir den gesamten übergeordneten Trend handeln wollen, ob wir seine Korrektur, die trendförmig verläuft, handeln wollen oder nur seine Bewegung, die wir trendförmig handeln wollen. Das ist mal die Grundsatzentscheidung, aber die Art und Weise, wie wir Stopps nachziehen, die Technik, die ist immer die gleiche und dieses Verfahren, wenn Sie das einmal in Fleisch und Blut übergegangen haben, dann führt das einfach zu Sicherheit und zu Vertrauen in Ihre eigenen Strategien und das Ganze in Kombination mit einer disziplinierten und ehrlichen Trendanalyse oder Trade-Analyse, das führt Sie dann dahin, dass Sie gute Gewinne an den Börsen auch machen und abschließen möchte ich das Ganze mal mit ein paar Worten, die ich in meinem Studium auch von einer meiner Professoren gehört habe. Es ist einfach so, wissen können und wollen, das führt uns selten ans Ziel. Wissen können wollen, das wollen echt viele Leute. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen denen, die es nur wollen und die, die ihr Ziel auch erreichen, das liegt im Tun. Das heißt, der Weg zum Erfolg liegt im Tun. Das heißt, die Disziplin aufzubringen, die Trades zu analysieren, sich die viele, viele Arbeit zu machen, eigene Strategien auszutesten und den Leidensweg des Tradings zu gehen und das kann manchmal wirklich, wirklich wehtun. Das ist das Thema, dass Sie auch Ihre Komfortzone verlassen und das Verlassen der Komfortzone bringt uns Menschen wirklich voran, weil wir passen uns entsprechend an. Das heißt, der Weg zum Erfolg führt über das Tun, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist, aber es funktioniert und es kann dann entsprechend gute Portfolio-Performance für Sie aufs Papier zaubern und nicht nur aufs Papier, sondern auch aufs Konto. An dieser Stelle viel Erfolg beim Traden, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Webinar an dieser Stelle. Machen Sie es gut und gute Trades.